Hallo liebe Schützefrau, lieber Schützemann, hier ist die Inbal von Inbalstarro.com. Herzlich willkommen! Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben vom 27. bis 29. März aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen, okay? Unten in der Infobox findest du den Link zu den häufigsten Fragen und den Link zu deiner Jahreslegung für 2020. So, die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Außerdem, nicht vergessen, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Also, Schütze, was geht in deinem Herzensmann, in deiner Herzensdame vor? Neun der Schwerter, acht der Münzen, der Gehängte, der Herrscher. Was haben wir hier? Aster Schwerter. Dein Herzensmann, deine Herzensdame hat hier erkannt, dass sie was tun müssen. Ich muss etwas tun, denken sie sich. Schütze entgleitet mir. Mein Kopf platzt mir fast. Ich muss hier die Kontrolle übernehmen. Und das sind sie. Arbeiten an einem Vorschlag, den sie dir bringen wollen. Ich muss was tun, höre ich. Ich muss was tun. Ich muss irgendetwas tun. Hier habe ich acht, hier habe ich zwölf. Das ist wieder diese Vierer sind überall momentan, weil wir alle auf Rückzug sind und wir sind alle zu Hause und alle wundern sich über den anderen. Was läuft beim anderen? Was läuft beim anderen? Was treibt Schütze? Ich sage dir, was schütze? Treibt Schütze ist zu Hause und denkt an dich, Herzensdame, Herzensmann. Schütze, du willst langsam raus, gefällt dir nicht so zu Hause? Ja, ja, ich kenne eure Natur. Es ist, ja, I know, I know, I know. Ich weiß nicht, wie lange es in Deutschland und in Österreich noch anhält. In der Schweiz noch bis mindestens 19. April. Ja, die, die in der Schweiz sind, Leute, ich, ja, was will man tun? Gefällt euch nicht so zu Hause? Also, Schütze ist dieses Eingesperrtsein, nein, das fühlt sich überhaupt nicht gut an für dich. Und vor allem lässt es dich auch noch obsessiv werden mit diesem Menschen hier. Du denkst obsessiv an diesen Menschen und fragst dich, was tun sie zu Hause, oder? Das hier ist dein Zuhause und von deinem Zuhause aus fragst du dich, was machen sie zu Hause? Okay? Ich schaue jetzt Herzensdame-Herzensmann-Seite an. Eines noch vorweg, deine Monatslegung für April kommt am Samstagabend um 8 Uhr raus. Ich habe hier eine Baustelle vor der Haustüre. Die bauen hier eine Brücke. Das heißt, das ist dann nicht normaler Baustellenlärm, sondern ein unglaubliches Hämmern. Das hämmert dann und oben fängt das Baby an zu schreien. Es ist dann richtig, richtig laut bei mir und dann kann ich keine Legungen machen. Und es wäre ein bisschen frech, wenn ich da hingehe und frage, um welche Zeit genau hämmert ihr? Wann genau macht ihr was und wann macht ihr die normalen Baustellentätigkeiten? Das geht leider nicht, oder? Kann ich nicht machen. Deswegen ist mein Zeitplan ein bisschen durcheinander geraten. Vielen Dank für euer Verständnis. Okay? Samstag, 8 Uhr kommt deine Legung raus für April. Auf der Seite von Herzensdame-Herzensmann habe ich hier Kraft und Page der Münzen. Schau. Das ist das Angebot, woran sie arbeiten. 8 der Münzen und hier habe ich Page der Münzen. 8 der Münzen, 8 der Karte. Irgendwas, das die Verbindung zwischen euch wieder stärken soll. Du wunderst dich darüber, was sie tun. Dieser Mensch ist nur mit dir beschäftigt. 4, doppelte Energie, doppelte Energie, 8, 8, ein Angebot für dich. Wollen sie. Schauen wir mal, was hier konkret passieren wird. Schauen wir, was hier konkret passieren wird. 7 der Münzen, du bist unzufrieden. Warum? Weil du hier von diesen Dingern da, die ich dir voraussage, 8, 8, nicht siehst am Wochenende. Deswegen habe ich jetzt darauf hingewiesen. Achtung, das ist das Wollen hier. Das ist das Wollen. 2 der Stäbe. Ja. Magd, ich habe mich darüber gewundert, was du zu Hause machst. Ja, und ich habe mich darüber gewundert, was du zu Hause machst. Ich habe gedacht, du bist bei jemand anderem. Ja, und ich habe gedacht, du bist auch bei jemand anderem. Und so blieben wir dabei, dass wir beide dachten, dass der andere, die andere bei jemand anderem ist. Und haben die Hoffnung verloren. Die verlieren die Hoffnung hier. Die wollen hier definitiv ein Angebot machen. Okay, das hier wird noch umgesetzt. Hier habe ich 8. Hier habe ich 8. Und hier die 2. Es findet die Komplettierung wird stattfinden. Du musst Geduld haben. Schütze. Nicht vergessen, die Rollen können hier vertauscht sein. Nein, ich spüre ziemlich stark, dass viele Rollen vertauscht sein könnten. Hier. Okay. Dass bei vielen die Rollen hier vertauscht sein könnten. Es gibt nur 2 Rollen und die könnten hier vertauscht sein. Ich werde jetzt hier folgendes tun. Ich werde von Wider bis Fische alle Sternzeichen durchschauen und sehen, wie sie zu dir stehen und was sie vom 27. bis 29. März in Bezug auf dich tun werden. Dabei kannst du dir dann Mond, Venus, Aszendenz sowie Sonnenzeichen deines Herzensmannes, deiner Herzensdame anschauen. Und die Infos dann als Ergänzung zu dieser Legung hier nehmen. Den Link für die Fortsetzung findest du unter dem Video. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich auf deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.